So, da sind wir wieder. Ne? Heißt du hier? Roadsticker 7. Ne? Heißt du Bescheid? Ja? Ja, ja, ja. Heißt du? Mit dem coolen Typen da. Mit dem Fehler. Mit dem Fehler. Ah. Ne. Wo können wir denn das Upgrade? Ach, wir haben 131 Gold. Ach, wie schön. Wie schön. Einfach nur. Ja. Man freut sich. Nicht. Jetzt ist vor die Rage-Aufnahme sehr schnell. Ich schwelte jetzt vor rum und so. Da, da, da. Schrei. Oh. Ja gut, hier können wir jetzt nicht teleportieren gerade. Erstmal. Fürs Erste. Könnte meinen, das Bild wäre fake. Aber nö. Aber nö. So, ich mag meinen Hokage. So wie er ist. Medium. Well done. Take no damage. Ne. Ne, danke. Das ist nicht meins. Keinen Schaden zu nehmen. Wow. Das war gut gelöst. Ich bin froh von mir selbst. Oh, hier waren wir da vorne. Hey. 19 Gold. Oh, what the fuck. Okay. Hattet ihr mir natürlich gleich so machen können. Oh. Das bringt uns auch alles MP. Das ist auch geil. Ne. Reward. Hm. Snarf. Ich will den Preis. Gib ihn mir. Ah. Okay. Daneben nicht. Gibt es halt keinen Preis für mich. Für, for, 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 for mich. So. Du gehst down. 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 Da, down. Da. Kriegen wir eigentlich noch, äh, MP recover? Äh, HP recovered? Ja, eigentlich schon, ne? What the fuck? Diese Räume sind scheiße. Darf doch nicht wahr sein. Wer baut solche Räume? Wer war der Level-Designer? Ich werde ihn töten. Was ist das denn? Der Bossraum? Der Bossraum. Das ist der Boss zu Hause, ja. Moment. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen was gesnackt, aber das reicht noch nicht ganz. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was reißen können. Ja, eventuell können wir da noch was reißen. Wenn wir da mit Full-HP reingehen, mal angenommen. Dann könnten wir theoretisch was schaffen. Na komm. Bam. Ja, wenn wir da mit Full-HP reingehen, genau. Ich bräuchte dringend Leben, Leute. Gebt mir doch mal eure Herzen. Okay. Bin besser als erwartet. So, hier kommen wir in eine neue Area. Das dürfte der Wald sein, denke ich mal. Geht doch runter, Junge. Okay. 57. Wir haben weniger als vorher. Okay, da war noch was drin. Das ist natürlich jetzt Fug. Ja, spam erstmal Knochen nach mir. Ist okay. Warte mal, da oben ist ja was. Nö, da kommen wir nicht hin Damage Ey, das ist gut Gelöst worden Dürften wir doch jede Menge Drin haben An Stuff Könntest du dich mal nicht treffen lassen Figur des Todes Alter Hängt da vielleicht eine Hähnchenkeule Im Lampenschirm Ja doch was Naja, tausend Alter, tausend 500 Gold Wo hab ich die denn her What the fuck Okay Zwei HP Bekommen Da geht's auch runter Fuck Alter, das läuft Wir kriegen noch AP dazu Ja Äh, so viel dazu Hab ich was gesagt Hab ich was gesagt Hab ich mich selbst gelobt oder so Hm Das Spiel fickt nicht immer hart Wenn ich mich selbst lobe Gigantism Naja Damage 37 Weiß ich Ja, wir haben jetzt Dings da Genau Den da Besser Ne Besser Brauchen den Können wir sonst doch was machen Nö Ja, critical machen wir 111 Das ist natürlich Ein Traum Wir sind wieder so fucking langsam Aber auch riesig Und machen Damage Nicht ganz Sind eigentlich nur riesig Und sind scheiße Von der Figur her Tja Soll es auch geben Okay Was ich mit dieser Figur Machen würde Gern Das bringt eigentlich auch nichts Nur von kritischen Treffern zu leben Ist auch nicht die Devise So Fresse Ah Fresse Halten Lol Wo kommen denn jetzt Das neue Gate her Wo kommen denn jetzt Die ganzen Gegner her Die ficken wir ja richtig Auseinander Mann Neue Area Neue Area Samaya Ich gehe hier mal mit so wenig Schaden rein Ne Ist egal Wir können uns ja mal umschauen Immerhin machen wir ja auch noch kritische Treffer mit 111 Schaden Ab und zu Wir müssen da Wir müssen da dreimal drauf kloppen Mit die Tod sind Meine Güte Okay 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 Habe wir wenigstens Gate bekommen Ich glaube nicht So Einen machen wir noch Einer geht noch Einer geht noch rein Das Paladin Geht immer Geht immer Geht immer Neue haben wir nicht 52 Hier macht der kritische Ja mit 83 Naja Einer geht noch Einer geht noch Wow Alter das war aber auch gut jetzt Nö Jetzt können wir uns theoretisch auch gleich töten lassen Weil hier raus zu kommen ist echt Skill So wo geht es denn hier überall lang Nein Spring doch nicht da runter Dreh dich halt Manchmal weiß ich nicht was ich sagen soll Da geht sich die Figur nicht um Und Dann stehst du in Richtung In die du gar nicht schlagen willst Und Triffst da solche Gegner hier Die sind auch scheiße So Warte mal Muss mich grad mal hier Das schaff ich sowieso nicht Also zumindest nicht jetzt Und dann kommen noch diese fucking Räume hier So Wir sind jetzt schon mal hier Gelandet Wo immer das auch ist Irgendwo in nem Schloss So Yay Wir sind Du Was ist das denn Ah das geht so Okay Komm mal hoch hier So Schlafen wir dich von da oben Haben wir so wenig Gold Das kotzt mich so ein bisschen an Oh Da War ja noch einer Ist aber trotzdem wenig Also im Vergleich zumindest Was ist hier los Okay Das lief ganz gut Theoretisch Wo geht's denn hier hin Hier geht's in den Wald In den Wald Genau Jawohl Das war in Ordnung Geht das Yep Ey Magie ist doch ganz geil Wenn man sie richtig einsetzt Da einsetzt Ja what the fuck Können ja vielleicht Doch nur ein bisschen Geld sammeln Wenn wir sie richtig einsetzen Die Magie Ähm Ich hab so trockenen Hals Woher kommt das noch Orangenzaft Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Sorry dass die drei Folgen Ganz die letzten drei Folgen So fail waren Wobei wir ja Wir können dann nochmal gucken Hier Wir fangen demnächst mal mit Mokage an Dann muss ich mich nicht so aufregen Was können wir denn upgraden Mann oder Rüstung Rüstung Komm Ja komm hier 91 Schaden Ist doch super Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich kann hier schon mal So Ihr seht jetzt nichts mehr Bis zum nächsten Mal Bei Roach the C Macht's gut Auf Wiedersehen Tschüss